Ich freu mich extrem. Ende Mai findet das Donauinsel Open Air statt. Wir sind auf der Maria-Hilfer-Straße unterwegs und stellen den Leuten Fragen zu den Künstlern. Wenn sie drei von fünf richtig beantworten, können sie Karten gewinnen. Welcher der drei Künstler, die beim Donauinsel Open Air auftreten, ist nicht aus Deutschland? Robin Schulz, Hathaway oder Lou Bega? Ähm, Hathaway? Das stimmt. Geil. Äh, Lou Bega? Stimmt leider nicht. Hathaway kommt nicht aus Deutschland. Lou Bega. Ja, der. Stimmt leider nicht. Hathaway? Ja, das stimmt. Erste Frage richtig. Wie heißt der erfolgreichste Song von Blümchen? Herz an Herz, Kopf an Kopf oder Auge an Auge? Kopf an Kopf. Stimmt leider nicht. Das wäre Herz an Herz gewesen. Herz an Herz. Das stimmt, das ist richtig. Herz an Herz. Das stimmt. Herz an Herz. Jawoll! Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Martha, Brunhilde oder Mama Lauda? Mama Lauda. Sehr clean. Mama Lauda. Perfekt, da haben wir schon die zweite Frage. Mama Lauda. Jetzt noch eine Frage musst du richtig beantworten. Okay. Mama Lauda. Jawoll, dritte Frage. Die sind für dich? Dankeschön, Alter. Ich freue mich extrem. Wie heißt Miki Krause mit echten Namen? Michael Engels, Mike Krausgruber oder Marco Lause? Boah. Michael Engels. Boah, stimmt auch. Danke sehr. Danke sehr, wirklich. Freust du dich drauf? Extrem. Ich würde das erste sagen. Das stimmt auch. Das sind drei Fragen. Hier sind deine Karten. Dankeschön. 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 Was sind deine Karten? Wow. Mit dem Code heute20 kriegst du 20% auf deine Tickets für das Donauinsel Open Air. Klick auf den Link in der Bio. Ja. Ich bin. Das ist die Karten.